No one cares about yesterday, my favorite holiday, it means so much more than words can say, and I claim, Christmas is a magic day, sometimes I tend to forget, what glory is holiday red for you. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 15. Die Hälfte vom Monat ist geschafft, über die Hälfte von Vlogmas ist schon vorbei und in knapp zwei Wochen ist einfach das Jahr vorbei. Es ist einfach so krass, ich kann das immer noch nicht fassen. Jedes Mal, wenn ich Vlogmas schneide, ich bin übrigens gerade mit Vlogmas 14 fertig und das Video exportiert gerade, dann denke ich mir so, wow, wie oft hast du jetzt hier schon gesessen und die Videos geschnitten? Und dir kommt das irgendwie so vor, als hättest du gerade jetzt angefangen, also als hätte Vlogmas gerade erst gestartet. Heute starten wir den Vlog ein bisschen später, wir haben schon sage und schreibe Viertel vor vier, aber heute Morgen hatten wir auch ein paar Termine und wir haben noch ein paar Sachen anledigt. Da hätte ich die Kamera sowieso nicht mitnehmen können bei den Terminen und dann waren wir in einem noch schnell unterwegs, weil wir sowieso halt dann on Tour waren. Und haben noch, bevor dann morgen alles zu hat, noch schnell ein paar Kleinigkeiten besorgt und ich bin auch froh, jetzt nicht mehr aus dem Haus zu müssen, denn das war heute die reinste Katastrophe. Ich weiß nicht, manchmal frage ich mich, wenn ich in so einen Laden gehe, sowas wie Action oder Teddy, wo wir heute noch schnell Kleinigkeiten geholt haben. Und die Leute wissen halt, dass das auch morgen zu hat, dann frage ich mich, ob bei denen einfach dann zu dem Zeitpunkt eine Sicherung durchbrennt. Ich glaube, bei denen, also nicht alle natürlich, es gibt auch freundliche Menschen, aber heute habe ich sehr viele von der Version getroffen, die unfreundlich werden und pumpig werden. Und die mit dem Einkaufswagen, weiß ich nicht, in den Fuß fahren und die dich anschreien, wenn sie nicht vorbeikommen. Das war wirklich wie so ein Armageddon, als würde morgen die Welt untergehen. Ich kann das nicht verstehen. Bei denen ist wirklich im Kopf alles durchgebrannt. Aber wir waren noch kurz beim Action. Ich musste noch Putzmittel haben und ich liebe ja die Putzmittel von Action, deswegen habe ich mir die nochmal besorgt. Und wir haben bei Teddy noch so eine neue Duschablage gekauft, also für Shampoo. Ich wollte eigentlich auch noch Teelichter und Batterien kaufen. Das war bei Teddy und auch bei Action Mangelware. Das war alles irgendwie so ausverkauft. Also, hm. Aber das ist natürlich kein Weltuntergang, dass ich das nicht bekommen habe. Ich kann es ja auch noch im Supermarkt beim Einkaufen dann mitnehmen oder so. Dann waren wir auch noch ganz kurz bei der Post, denn Jakob hat schnell das Verlosungspaket abgegeben. Das hatte ich gestern noch schnell gepackt. Ich hatte nämlich bei Instagram eine Verlosung gemacht. Ich bin da dieses Jahr Teil eines Adventskalenders. Und da kommt auch noch eine Verlosung. Deswegen schaut da gerne bei Instagram bei mir vorbei. Und das Paket mussten wir natürlich wegbringen. Ich habe das gestern Abend noch schnell schön zusammengepackt, eine Karte dazu gelegt und auch eine Programmkarte. Da müsste ich eventuell auch mal neue machen, fiel mir gestern ein, denn die sind schon ein bisschen älter und sehen ein bisschen komisch aus. Aber, ne, ich brauche sie auf jeden Fall auf, denn es ist ja unnötig, sie wegzuwerfen. Und Jakob ist natürlich auch im Start. Der sitzt ja gerade auf dem Sofa und ist schon wieder bei Amazon. Denn der weiß noch nicht so genau, was er sich von seinen Eltern zu Weihnachten wünschen soll. Es ist immer jedes Jahr so, dass seine Tante und auch seine Eltern eigentlich so zwei Wochen vor Weihnachten fragen, was wünscht ihr euch? Und meistens haben wir dann noch keine Antwort. Und wir kennen halt immer das Budget, was wir uns so aussuchen sollen. Wir sind auf jeden Fall nicht ganz ahnungslos, denn gestern Abend haben wir schon Geschenke ausgesucht. Also das, was ich mir von Jakobs Tante wünsche und sein Geschenk, das er sich wünscht von ihr, hat er auch schon bestellt. Das kommt die Tage dann bei ihr an. Und das können wir ja natürlich dann erst zu Weihnachten, ist ja klar, also logisch, ist ja ein Weihnachtsgeschenk. Und heute Morgen hat seine Mama angerufen und dann nochmal gefragt, was wir uns denn jetzt wünschen, denn langsam wird es Zeit. Und ich habe heute Morgen dann mein Geschenk, also ich wusste auch nicht so genau, weil ich hatte dieses Jahr irgendwie gar keine Wünsche. Sonst habe ich mal über das Jahr verteilt immer so Dinge, die ich mir auf die Amazon-Wunschliste packe. Aber ja, ich hatte dieses Jahr gar nichts. Das war natürlich super. Und dann habe ich mal so geschaut und dann ist mir aber doch was in die Hände gefallen. Und ich habe was gefunden und das ist dann auch schon bestellt. Und jetzt hängt Jakob den halben Tag schon vor Amazon und schaut, was er irgendwie sich wünscht oder was er gut findet. Denn er ist da so zwiegespalten, er hat so ein paar Sachen, das ist aber dann vielleicht zu teuer. Dann hat er so ein paar Sachen, die er doch dann nicht mehr gut findet, die er vor ein paar Monaten gut fand. Ja, schwierige Angelegenheit, würde ich mal so sagen. Ich habe mir übrigens die gleiche Frisur gemacht wie gestern. Ich fand das ganz cool, dass die Haare unten so offen waren und dann oben so ein Zöpfchen. Aber ne, ich habe schon wieder keine Ohrringe drin. Ich habe schon wieder vergessen, Weihnachtsohrringe heute zu tragen. Aber trotzdem habe ich hundert Paar Weihnachtsohrringe. Ich bin heute zuerst dran. Ja, okay. Ich möchte, was haben wir denn heute? Ich habe gerade Vlogmas geschnitten und da war auch 15. Also, ne, da war 14. Ja, genau deswegen bin ich immer so verwirrt. Verwirrt? Verwirrt. Verwirrt? Ja, warte, warte. Ich möchte nochmal. Ich möchte nochmal. So verwirrt? Mhm. Oh. Da ist eins drin. Wow. Ja. Geil. Kranker Scheiß. Jetzt bist du dran. Ja, bin unterwegs. Aber, und hatte jemand geschrieben, dass diese Kalender einen Rückruf hatten, weil die Schokolade nicht frischisch drin hält. Wow, ich habe es drin. Aber, mein Gott. Ist nicht so schlimm. Ist halt ein Glückspiel, ob da jetzt was drin ist am Tag oder nicht. Das ist so übermotiviert, ey. Weil da die grünen Eier drin sind. Und die grünen finde ich am besten. Du magst die blauen am liebsten. Sieh, ich mag die grünen. Du magst die grünen. Citrus. Citrus? Oh. Das stelle ich mir aber komisch vor. Okay, ich habe noch nie Schokolade probiert. So eine Zitrone. Oh ja, dann probiere ich auch. Das ist die zweitbeste da drin. Die beste ist die Pistazie. Nee, das war die beste. Ich hätte, das war die beste. Die Pistazie. Ich hätte gern jetzt jedes Jahr so einen Adventskalender von DHL. Die sind echt lecker, die Sachen. Und ja, wirklich, diese Citrus, das war jetzt das Geilste. Also das zweitgeilste. Für mich war Pistazie ganz oben, weil ich liebe Pistazien-Eis, Pistazien. Oh, damit kann man mir eine Freude machen. Ja. Jetzt hat ich einen Drehenwurm. Well, I'm all for Christmas All the happy smiles and the wishes And I want it all from the lights to the mistletoe Tell me one thing Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow Whatever we do, we will be alright These holiday wonders will open your mind May all your wishes tonight come true May all your wishes tonight come true The love I live, the dream I knew This Christmas I only wanna be close to you Hope I live, the dream I wanna be close to you Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017